Aktivitäten, am Strand, Beach-Party, sowas alles, ne? Das ist jetzt hier, das ist jetzt in der Mitte der Flur, jetzt sind wir hier am Mandola, ne? Ah, am Mandola ist das jetzt hier dann direkt, hier gleich direkt nebendran. Genau, Mandola Mova. Ah, okay. Wir können jetzt hier auch durchgehen. Einfach nicht. Dann können wir das nicht mal sehen. Und dann können wir da rausgehen und... Dann sind wir auch schon wieder da. Ja, okay. Das ist am Mandola, wie viele Sterne hat das? Amandola Mova ist 5 Sterne Plus. 5 Sterne Plus. Das ist auch ein World, wie sagt man es, kleines World Leader Hotel, also 54 Zimmer. Ah, okay. Das wäre doch was für Sie gewesen. Ja, ja. Aber der Pool ist ein bisschen sein dafür. Sorry. Das ist eine gute Idee. Sieht so willenmäßig aus hier, ne? Vielen Dank.